Hallo und herzlich Willkommen zurück bei... Kraftopia Heute wollten wir ins andere Dungeon, ne? Ja, gut, dass du jetzt in die komplett andere Richtung fliehst Äh, ne, das andere Dungeon ist hier Ach, da vorne Yeah, hinter dieser halbtoten Kuh So, wir müssen nämlich hier entlang Heute richtig effizient So, hier rein und da ist bestimmt wieder, ist der Bär wieder da, der andere? Nö, doch, aber dahinter, glaube ich, wir können einfach rein Was für ein Kind, da geht ja gar nichts Wow Okay, warte, 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 Tobi, halt! Tobi, Tobi, warte kurz Ja? Oh ja, Geheimtruhe Oh, gab es die vorhin auch schon bei dem anderen Ding, wir haben es noch nicht gefunden Weiß ich nicht, aber lass mal kurz gucken Lass mal kurz gucken, äh, Gladius Alter Mach hier schon mal auf Okay Okay, okay, was macht das hier eigentlich? Willste ne geile Waffe haben, die mehr Damage macht, als alles, was ich hab? Ne, behalt die ruhig, nimm du die die Mach mal, Anti-Animal plus 80 Wow Das passt zu dir Aber hier, was auf, ich tausch die eine aus und geb dir die Warte mal So, komm mal her Komm mal her Komm mal her Ich hab die eine gelassen Ich hab jeden, das sind zwei Stück, eine kannst du aufmachen Dankeschön Pass auf, die Waffe hier macht, äh, 140 Damage, die hatte ich vorher, und Attack 8% Aber max life minus 15, aber das ist egal Ist im Grunde genommen Wurst Okay, okay Lass ich gleich mal an das Ding, äh Ich hab mich hier, 130 und 155, ja, dann weg mit dem Ding hier, oder? Ja, 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 äh, schon gleich Nei So, Stone Pickaxe, wuuuuh! Und noch nen Wooden Stick, endlich hab ich 5! Nice, Erich So, oh, warte mal, ich muss den Bogen nochmal schnell bei mir, äh, in die Hot, in die Hotbar hier unten ballern, so Alter, das sind einfach fucking Orks da unten Oh nice! Es gibt Orks Oh, okay Auf unserer Insel haben wir gleich noch nix gesehen, ne? Oh Okay Welches Level, oh Vorsicht, Schamane, Schamane, Schamane Oh ja, dann gehen wir erst noch den, wa? Ich würd erst mal Achso, du bist schon mittendrin, okay Ah, weg damit Da kommt nix zu mir Oh cool Bam! Alter Ey, geil, Potato Seeds, endlich Was ist mit dieser Statue hier, die sieht immer so verdächtig aus, ne? Der hat nen Kaffeebärchen in der Hand Voll geil, so ein großer von Starbucks, nice Hätte ich auch gerne Oh, die Orks kommen zurück Äh, Goblins Ist die schon respawned? Ja Oh, ich komme Potato Seeds, ich weiß nicht, ob ich den brauch, okay, war nur einer Ich glaub, das ist, was wir von den deutschen Steam-Servern spielen, deswegen kriegen wir ja nur Potato Seeds Hm, okay, das kann sein Look at you, you potato Oh, Tato Oh, Tato Das geht eh Hey, Level Up durch Kistenschlachten, geil Das ist mal ne geile Belohnung Oh, und endlich mal wieder so ne, so komisches Herb-Ding Herb-Bird, Superb-Bird? Ja Krish Krish So, bevor wir da rein stürzen, sollen wir erstmal gucken, was da mit was das zu tun hat Okay, gut, Tobi Der ist auf die Zuge ran, ich wollte ihm helfen Ähm, guck mal Ähm Was? Der wirft Bomben Der ist schon tot Oh, ich hab keinen Goblin Healer Der muss zuerst weg Ui Und da kommt noch, da kommt noch Überraschungsgast rausgelaufen Schamane noch Der will grad Spell-Casten, glaub ich Spell-Casten Spell-Casten Warte, warte Achso, ich dachte grad, die respawnieren dann bestimmt gleich wieder Aber so spannende Sachen haben wir die auch nicht dabei Oh, blaue Kiste, wuuuuh Oh nein, da hatte ich vorhin eine Ich hab diesmal keine Und es liegt da drin ein Knochen Männich, nur ein Knochen Das ist deine personalisierte Kiste gewesen, freu dich doch mal Geil, endlich Äh, die Schamanen verwandeln sich in irgendwas Oh, ein Feuer offenbar Nachricht, die Sprecher Vorsicht Geil Das ist der Bombentyp wieder Gewesen Oh, wir machen ein bisschen damasch, ne? Oh, wo ist ein Arrow? Oh, Goblin Healer Hallo! Bin ich froh, dass man sich nicht gegenseitig treffen kann Oh, ich hab nur eine Live-Potion bekommen Nice! Ich hoffe, die kann man auch craften Ist ja wohl der Hammer Boah, die Musik ist aber ein bisschen laut oder bist leiser geworden? Ich bin mir nicht so sicher Was? Endlich wieder Salz Geh doch mal auf Twitter, da findest du genug Jaaa Ich wünschte, ich könnte damit kochen Oh, noch ein Brot, sehr gut Warte mal, aber ich Bevor wir zur Tür gehen, ich repair mal ganz kurz Ja Ja, beruhig dich Alles klar Bist du fertig? Warte, das ist das zweite Schwert noch? Beeil dich! Mein Buff läuft aus Oh, das ist ein Buff Okay, ja, go, 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 go Bist du Baffi? Okay, gleich kommen wieder Endgegner Oh, ich bin sehr gespannt, was es diesmal ist Ähm, okay Äh, lol Ähm, okay, na gut, es ist halt eine frühe Version Okay Der hat aber eine Aura, ne Der hat aber eine Aura Hatte der andere auch vorhin auch, vorher Und? So eine Aura? Ja Attitude Er hatte eine Attitude, Tobi Oh, das hab ich nicht Ich hab's nicht gesehen Komm mal her Ich seh sein Gesicht nicht mehr, so eine hässliche Fratze Oh So So Ja, raus den Lachs, ne? Ich denke schon lustigen Der ist schon fast down Boah, Alter Wo ich wo bin da hin? Okay, warte kurz Sicherheit Oh Boah Spell, Carsten Weil man an dem hochklettert kann man super auf den Kopf Oh echt? Oh ja, Tatsache Oh, ich kann nicht springen gerade Hi Erik Oh, 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 oh Oh Autsch So mal Mach du mal Mach du mal Okay Achso, ich muss aber fünf Mist So, Bäm's Oh nice Oh nice Tschüss Äh, Strong Oh Gott, ja da hau ich aber ab Da kommt ein Stronger hinterher Da steht Strong bei mir Echt Level 13? Wie geht eigentlich? Bei mir ist schon Strong Oh Erik, ich hab keine Aufbauer mehr Komm Komm Tofi Tofi, bitte Geil Nice Ja Oh sogar Kisten Guck mal Alter, ich krieg nur noch, ich krieg nur noch Knochen hier irgendwie Aus den blauen Kisten Da ist nur Scheiße drin bei mir Oh, ein gelbes, ein grünes Schwert hast du gerade geholt Ja, ja, ne das grüne war eine Feder nicht das Schwert So Nein Geil Oh, ich glaube da hinten ist ein Geheimgang, Erik Ich weiß nicht Nice Hä? Small Life Potion Oh Kannst du mitnehmen? Oh, ist Silber Okay, davon haben wir ganz viel Kannst du mitnehmen Ja, nehm ich mit Ist, äh, nicht so gut diesmal leider Die Ausbeute Naja Schnell weg, bevor der Bär hier rauskommt Oh Tschüss Hä, du triffst mich ja, wenn ich Hä? Du hast mich nicht getroffen? Ne, schaden nicht, aber du triffst mich Achso, ja, gut, okay Hm Dann ist er gut Hey Hey Oh Kühe Hä? Ist die Kuh gerade gelandet? Hä? Die ist gerade vom Himmel geflogen Hä? Warum? Ich glaube, das ist ein Kuh spawn hier Ah, okay Nice Loll Ja, und Hühner scheinbar Cool, durch Kühe töten, Erik Nice, GG Jetzt habe ich wieder was gelernt Ist aber richtig lit in dem Game So Weißt du, Boss geht da gar nichts, aber jetzt bei der Kuh Oh, was ist das denn für ein kleines und bescheidenes Gebäude da hinten? Hä? Hä? Einfach das Mon-Jugend auf Mhm Heilige Scheiße So Okay, Dungeon haben wir gecleared, das wollten wir ja auch machen Ähm Mal kurz gucken, was wir mitgenommen haben Aber diese Sticks, ne? Ich hab hier so viele Sticks einfach Aber komischerweise die Mission haben wir jetzt nicht beendet, ne? Defeat the boss inside the dungeon Die Mission habe ich gar nicht Nee? Nö, die haben wir schon im anderen Dungeon, glaube ich Okay, bin mir jetzt nicht so sicher Tobi, was ist da los? Tobi? Mhm Achso Ich dachte gerade, du bist wieder eingefroren in der Zeit Bin ich immer Huch Alter Wollte die ihre Die wollte die Rasse Die wollte ihre Kollegen rächen Oh Ja, die hat auch geschmeckt Okay, wir müssten öfter Mushrooms sammeln, glaube ich Da kann man auch leckere Gericht zaubern Sieht aber ehrlich gesagt ein bisschen ekelhaft aus, aber ist eine Pilzpfanne Schön mit geschnetzeltem und schön Schmetze dazu Und Fuchs, schreienden Fuchs Ja Die schmecken am besten, weil du die wie so einen Hummer kochst, weißt du? Lecker Tobi, lecker Was ist das hier? Silver Ohr, okay, ja die brauche ich aber Schmelze ich einfach mal ein So, was haben wir hier? Iron Ingot Oh, 40 40 Eisen, okay Ich will aber eben schnell scheiße wieder loswerden Mhm Ah, man hat ja so viel davon, ne? Ist das nicht noch eine andere Schmelze? Ja, ne? Dann nutze ich die auch mal So, hier Silber So Ja, ja, ja Alles okay? Bist du ruhig? Ja, ja, ich guck grad bei den Skills Oh, und wie sieht's aus? Oh stimmt, ich hab auch Skills Zwei Stück Ich hab jetzt noch mal Vitalität gemacht Kann nicht schaden, glaub ich Vitalität Bei den Basics oder wo? Ja, ja, genau Ah, okay Ah, okay, okay Life, Gratly, Heals Alles, ja, ist wahrscheinlich immer, ist wahrscheinlich sehr sinnvoll Ähm Ah, okay Hm? Sekunde, warte kurz Oh nein Alter, was für geile Was es für geile Skills gibt Oh, Vorsicht Tobi Ja? Guck ich, guck ich kann, kannst du Siehst du das hier ja, ne? Ja, 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 ja Okay, guck mal genau hin Double Job Double Job Oh mein Gott Double Job Gott Boah, was? Boah, was? Double Job Oh Gott Ich bin zu Glück Wo gibt's das? Bei den Skills, äh, bei den Basics, äh, Basic Skills in der unteren Region, das was nochmal freigeschaltet hat da Tier 3 Warum hast du das vor mir? Ja, es wurde Zeit Frech Es wurde Zeit Okay Deswegen konntest du das? Okay, warte ich muss schnell farm gehen Bin gleich wieder da Alles klar, okay Ich halt die Stellung Double Jump Oh wie geil Ah, ich liebe Double Jump And that's kids How I made your Double Jump So 133 Alles klar, okay Hier, flupp Äh, so Ancient Veteran Iron Ingot Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen Ich hab keine Ahnung Oh, hey Sklett Das ist eine gute Idee, vorbeizukommen So, Veteran Ancient Aber sie können doch nicht mehr zum Kühl töten Na klar It's the circle of life So So, die 100 Holz nehme ich mit, dann haben wir noch einen Kopper Oh nein Kopper Ingot Oh Gott Bär, komm ran Jetzt willst du es wissen, wa? Dorothea Bär ist das Oh, okay Da gibt's Skill Points, Tobi Da gibt's Skill Points So, was ist das hier? Das kann auch weg Fire Demon Nja... Okay, Attack plus 35 Eigentlich nice, aber naja Erik, ich bring dir Fuchsscheiße mit Endlich Geil, Tobi Geil Alter, wie viele Kühe hier plötzlich wieder sind So Okay Anti-Animal Ach ja, ich hab Anti-Animal Skills Hier Was sind das? Stone Pickaxe, warum mach ich denn die? Was soll das? Uh, was soll das? So, mal wieder ein bisschen was verkaufen Hm? Endlich Level Up, was geht Nice So Dich bin, ist doch Spellcasten Es ist immer so gut Es ist einfach so gut Spellcasten, Alter Wenn ich ihn mal irgendwo bei WoW oder so einen Mage mache, da werd ich den so nennen Auf jeden Fall Spellcasten Schön Ich hoffe, du bist mitten im Raid, so weißt du Spellcasten, hiel mal Und rafft erstmal keiner Und du stehst da und lachst dich kaputt Und keiner weiß warum So Okay, dann mach ich dann Ich mach die nächste Quest auch nochmal schnell hier mit den Feldern Ähm Fünf Stück soll man machen Dann brauch noch Eins haben wir ja schon gebaut Müsste eigentlich Zählt das? Ja, zählt Sehr gut Dann ist das auch mal weg Jaaa Double Jump Double Jump Hast du? Ja, nice Tobi Geil Ich hab's schon auf Level 2 Und du? Is Jump allowed Was? Jump high increases with higher level skill Alles klar Mhm Das ist äh Nice Also du musst äh Double Jump skillen, ne? Also das äh Dann increase das Genau Ja, 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 genau Das ist schon nice Okay, das mit den Feldern finde ich irgendwie Kann man Huch Äh Kann man die Felder auch wieder abbauen? Oh, das geht auch Alles klar, cool Dann Boah, voll geil Dann tu ich die Felder mal Ach ne, ach das ist ja easy Yeah, 10.000 Gold Rookie Merchant Nice Cool Ich muss auch noch was verkaufen Also wenn du Zeit hast da, ne? Wenn ich ja auch mal reinbrezeln darf Nee, 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 nee Schade Hier kommt keiner mehr dran jetzt Schade Das ist schade Na dann lass ich's eben Dann, dann lass ich's eben So Äh 36 Gold Okay, ist nichts wert Original nichts Okay, den Rest Pfeffer, okay Gut, das will ich nur da unten raus haben Also ich wäre bereit Durch das Portal zu schreiten, wenn du's wärst Wollen wir das Portal oder wollen wir zu dieser Insel da oben gehen? Welche Insel? Achso, die Insel da oben Achso, wir können auch zu der Insel da oben gehen Das geht natürlich auch Ah, die Frage ist wie? Ich hab jetzt Aufgabe create a well Also wir sollen Brunnen bauen Einen Brunnen? Einen Brunnen Aber... Hab ich das Rezept überhaupt? Ich hab's noch nie hier gesehen, glaub ich Brunnhilde Monodoll, okay Monofluid Was? Tobi, ich bin Monofluid Okay Was ist das hier? You can make a capture of animal more new? Was ist das hier? Was ist denn da vorne? Iron und Silber Äh, okay Falsche Giste Iron und Silber Okay Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob das reicht das Warte mal Äh, das reicht natürlich nicht Äh, ich weiß nicht, wenn es nicht reicht Naja, dann Das hab ich egal So Eine Sekunde Eine Sekunde, ich bin äh, sicherlich bald schon bei Ihnen Ja, kein Stress So Auf die... Oh, aber da ist so das Feuer drin Äh, ja, warte mal Okay Du hast was vor, ne? Ah, schade, geht aber nicht Das Ding fliegt leider nicht weit genug Oh, schade Warte mal Okay, gut Dann hier Silber Und dann nochmal Silber Okay Ähm, und jetzt? Was sind die equipped? Da drauf, okay Ähm Gut Hm Das ist irgendwie merkwürdig Okay, ich ziehe es da mal raus Ich behalte es mal da oben Wie use ich das denn? Nee, nee, nee Warte, warte, warte Hä? Hm Hm Wie geht das denn? Hm? Hä? Hä? I don't understand Ich esse mal kurz ein Ei Wo auch mal nicht Ah, so geht das auch Tobi, was probierst du denn? Ich hab versucht, wenn ich die Kanone da oben drauf stelle, ob das was bringt, aber es geht leider nicht Okay Man fliegt leider nicht weit genug Alter Mach'n Kopf jetzt zu Ich muss noch kurz was gucken Warte mal Das ist das Ding Key Assignment Äh E Rotate Building Rotate Back Building Was? Okay, Hot Key Airplane Es gibt, ja es gibt Flugzeugsteuerung übrigens Autosteuerung Motorradsteuerung Hot Air Balloon Helikopter Man kann auch Sachen hier irgendwie in diesem Ding kaufen Wir könnten uns auch schon ein Motorrad kaufen, aber ich weiß nicht, wie man die hier kauft Crouch Ich finde nicht, wie ich das, wie ich das benutzen kann Okay, ich mach das mal da unten raus Und dann gehe ich mal Oder der Fuchs, ne? Was ist denn mit dem Fuchs? Was ist denn mit dem Fuchs? Boah, warum schreit der denn so? Er hat Schmerzen, Erik Wat das denn se Fuchs say? Äh, Erik? Ja? Es gibt einen Heißluftballon Ja, hab ich doch grad gesagt Achso Hörst mir nie zu, Tobi Ne, hab ich das hab ich nicht gehört Ich hab Flugzeug gehört und Motorrad, aber das hab ich nicht gehört Ja, und der Heißluftballon Voll geil Okay, ich werde herausfinden, was er benutzt Ich Was hast du da? Werde ich nicht verraten Wie weit der inzwischen fliegt Okay, Double Jump mit Angriff ist aber nice, ne? Ja, das stimmt Vor allem, wenn du oft genug machst, catcht der sich glaub ich nochmal in der Luft Ja Alter Voll die Zerstörungsmaschinen Voll gut Oh lecker Tobi Lass, äh, lass dir schmecken Willst du was? Brauchst du was? Nö, nö, alles gut Ich hab, ich hab, ich hab Okay 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 Mhm, 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 mhm Mhm, mhm Okay, kann ich das vielleicht statt da? Ähm Soll ich grad Schmerzen bekommen? Oh, live 205, alles klar Ja Also ein paar Sachen verstehe ich noch nicht Ich versuch grad diese Glocke irgendwie, irgendwas mit der Glocke zu machen Mit der Glocke? Ja, es gibt eine Glocke Okay So, ich pack mal die Seeds gerade alle hier rein, ne? Also in die Kiste Weil Junge, Junge So, dann hier noch drei davon So, Beanseed So, die klumpen mir das Inventar einfach nur zu Okay, das hat nicht geklappt Ähm Das war das Okay Ah, okay Dafür brauchen wir das Und zehn Iron Mach ich das mal So Zehn Iron Zehn Iron nehm ich nochmal schnell aus der Kiste Zehn Iron Weißt du was? Das geht schneller, wenn ich's einfach komplett nehme Zehn Iron So Tobi Nein Was? Was für geile Rüstungen da noch kommen Was? Ich hab's noch nicht gesehen Aber ich äh ja Also hier wird noch einiges kommen glaube ich Inklassig wie mir. Ähm. So, ein Repair-Shop. Zum Waffen reparieren. Ohne dass die was verlieren, glaube ich. Oh nice. Der Bogen ist noch okay, aber hier das Gladius, das ist schon wieder auf der Hälfte runter. Und bleibt bei 120 von 120. Das gefällt mir gut. Was kostet das? Nichts. Ich kann es einfach so reparieren. Okay. Ne, oh das kostet Gold. 2500 Gold kostet das. Boah. Das ist teuer. Aber das Gladius ist super. Deswegen ist es wahrscheinlich zu teuer. So. Okay, zack. Da ist es wieder. Und repariert. Und nochmal was essen. So. Und nochmal was essen. Okay, was machst du? Bist du doof einfach. Okay, gut. Ähm. Haben wir eigentlich ne Kiste für irgendwie so Baumaterial-Kram? Äh, für, für... Oh, hier kannst du die packen. Hm? Okay. Ja, pack einfach rein. Okay, hier haben wir eigentlich... Ja, wir müssen bald in Wandsen und vor allen Dingen... Erstmal geht der Chat auch mal irgendwann weg. Und zweitens, äh, wir sollten mal versuchen nach da oben zu bauen, ne? Aber ich weiß noch nicht genau... Slopes. Ich guck mal kurz. Sind Slopes einfach nur so ne... Also ich hab kein, kein, ähm, äh, Rezept für Slopes. Ich weiß nicht, was das ist. Hier, Woodplank Slope. Ah, okay. Brauchst du Holz? Ich mach grad 38 jetzt davon. Okay. Ich hoffe, das ist richtig. Wenn nicht, dann, äh... Mit der Kanone kommt man fast bis ganz oben hin. Aber leider nicht weit genug. Ich weiß nicht, wie wir siehst, wenn wir die höher bauen, aber... Ja. Geht der Chat auch mal weg da unten? Chat ist ja immer da. So, ich weiß nicht genau, wie viele Slopes wir brauchen, um da hinzukommen. Wir müssten... Von wo müssten wir da losbauen? Ah, ich glaub, ich weiß von wo. Nicht von ganz oben, sondern wahrscheinlich von diesem... Von dieser Spitze des Berges da hinten. Ja, würd ich jetzt auch mal sagen. Okay, der Chat nervt. Wirklich, wie kriegt der denn? Der Chat ist super nervig. Warte mal, kann man vielleicht ins Menü und dann... Ich guck mal eben. Na? Alter, Double Jump, ne? Vor, vor T-Wins. Ja, Double Jump ist halt immer geil. Was? Egal, was für ein Spiel. Double Jump ist immer nice. Ja. Double Jump. Und du hast auch einen Gleiter einfach. Das ist... Und dann hat man auch so einen Gleiter. Ja, voll geil. Okay, aber... Von wo... Äh, wo ist denn das Ding jetzt? Ach, hier ist das. Da drüben. Das bleibt in der Luft, ne? Der Hintergrund bewegt sich, nicht das Ding. Das bleibt in der Luft. Bei mir ist da nichts. Hast du da was hingebaut? Ne, ich mein, der... Die Insel da oben. Achso, ja. Die bleibt nur an der Stelle. Ja, ja, genau. Aber von wo bauen wir da hin? Von hier aus? Oder von der Insel da unten aus? Von dem kleinen Berg da? Hm. Okay, also wir können hier... Hey. Cool. Ähm. Das kommt mir bekannt vor, vom anderen Spiel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir müssten jetzt da rüber bauen eigentlich. Wir müssten hier ne Plattform... Warte, warte, warte. Ich muss neun Skin kaufen. Ich muss neun Skin kaufen. Hä? Abba, gib mal den Karte laden. Oh, warte, warte. Geh mal kurz da runter. Ich glaub, ich hab zu weit gebaut. Ah, ne. Ich kann das einfach wieder mitnehmen, ne? Jo, easy. Genau, ja. Super. Dann... Ich mach mal hier... Das nehm ich auch nochmal mit. Dann nehm ich nochmal ne Plattform. Ich bau nochmal ne Plattform. Und dann, äh, kann man da rüber bauen. Ja, geil. Ja, ob das so geil ist, weiß ich noch nicht. Mal gucken, ne? Ja, muss ja, ne? Brauchst du noch Holz? Nee, oh. Erik, der Chat nervt. Der ist für immer da, Tobi. Wie kriegt man denn da weg? Das ist ja super nervig. Ich hab keine Ahnung. Oh nein, oh nein. Äh. Erik, du brennst. Hm. Wollte mich grad freuen, dass irgendwas da gestorben ist. Aber dann war nur ich es. Okay, ich hab noch 200 Holz. Hab ich noch. Äh. Nee, nicht hier drin. Da, wo sind wir... Ähm. Vorsicht, wir kriegen Besuch. Mhm. Ach, guck mal. Komm mal raus da aus der Ecke, sonst kann ich den nicht prügeln, Junge. Ja, komm. Boah, Alter, selbst der Bogen an sich macht so schon viel Damage. Hau ne weg, Tobi. Rügel dich mit Faust. Ich hab keine Waffe ausgerüstet, warum auch immer. Ciao, Bär. Meine Fresse, mach doch deine Waffen, ey, Mädel. Du hast dann... Du... ...brügst mit der Faust drauf, ey, weißt du... Tobi, hast du hier irgendwo Holz rausgenommen, sag mal? Ah, nee, nee, ich bin doof. Ich hab selber, äh, hier. Hab die Kiste vertan. Ist da Holz drin, ne? Da kann ich die meisten nämlich auch mal reinpacken. Ja, hier, wo ich grad vorstehe. Warte kurz, ich bin gleich weg. Äh, sind noch zwei Slots frei für Holz. Du brennst. Okay, dann einmal Wood Plank Floor. Mal gucken, ob das geht. Okay, man kann Holz immer nur hunderterweise stacken da in der Kiste. Ja, leider, ja. Belastend. Sehr sogar. Okay. Mal gucken, ob das geht. Oh, 99 brauchen wir... Ich glaub, 99 brauchen wir nicht. Ich mach erst mal 50. Ich mach erst mal 50. Brauchen wir 50 überhaupt? Ich mach erst mal 20. Ich glaub nicht, weil das war so viel brauchen. Nee, 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 so viel brauchen wir, glaub ich, auch nicht. Das wird bestimmt voll schön aussehen. Richtig malerisch hier im Natur überlassen auf der Insel. Tobi, Hilfe, ein Skelett greift uns an. Du musst uns retten. Schnell. Shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wow. Fühlst du dich jetzt sicherer? Ja. Was für ein epischer Kampf. Ich werde dir auf ewig dankbar sein. Das ist sehr nett von dir. Ich erwarte das auch. So. Jetzt, wo wir es vorhin hatten, das sieht halt auch schon dünn. Bissil nach Fortnite aus, ne? Ja, das... Ja. Ja. Meinst du, Fortnite hat Zelda noch gemacht? Ja. Boah, Fortnite macht voll Zelda nach. Ekelhaft. Oder Zelda nach Fortnite, man weiß nicht genau. Hm. So. Okay, das Crafting dauert tatsächlich ein bisschen länger, aber so. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles richtig ist, weil jetzt dieses komische Woodplank-Flow müsste ja auch da unten rein. Probieren wir es mal, mal gucken, was passiert. Ich bin sehr excited, was passiert jetzt, gell? Das wird total, ja, das wird, äh... So, okay, das geht. Wow. Erik, das ist hammermäßig. Du brauchst noch ein bisschen lange, ne? Aber du lernst das auch noch. Hm? Oh, Autosafing, genau jetzt. Alter, willst du mich töten? Krunsch, ich mach dir Licht. Moin. Ähm, das sind... Ja, was sollen wir da jetzt machen? Was bringst du hier, Humor? Hm. Moin. Warte mal. Komm doch nicht hoch. Tobi, zeig deine Skills. Ich kann doch nicht der einzige geile Fortnite-Spieler hier sein. Du hast Double Jump schon auf zwei. Ich nicht. Wie, bemühe dich. Die hält sich nicht fest. Soll ich dir helfen? Oh nein, very strong. Soll ich dir helfen? Die hält sich nicht fest. Tobi, ich rette dich. Die Förderbänder hier sind krass. Also, nicht krass, aber halt, äh, sind wie cool. Ja, es gibt nachher noch automatisch, äh, automatisierte Maschinen, tatsächlich. Oh, okay. Ja, das reicht schon. So komm ich hin. Ja, und dann schöner Double Jump hier, guck mal. Geil. Nice. So. Anubis. Den man ja hier auch erwartet, ne? Den Anubis. Ja, klar. Und wer mit dem Ring? Der braucht, Slate of Growth braucht der. Ich hab Slate of Growth hier. Zweimal sogar. Ich hab Angst, dass ich den jetzt angreife. Was muss ich denn jetzt hier machen? What do you wish for? Oh. Maximum life increased. Kostet vier. Upgrade limit. You can use the Slate of Growth that can be found in Dungeons to bring up your ability levels. Kostet aber vier und wir haben erst zwei. Ob du mich verarschen willst. Warum haben wir denn jetzt hier hochgebaut? Oh, oder ist der immer hier und wir können hierher immer zurückkommen? Ja, ja, klar. Also wir können immer hierher kommen und wir müssen aber noch zweimal in Dungeons, wie es aussieht. Oder müssen wir mit dem reden? Ja, oder sollen wir jetzt in eine andere Zone gehen und da quasi Action schieben und dann mit den Mehrdingern hierher zurückkommen? Das können wir auch machen. Huah, huah. Oh, Alter. Boah. Ah, ha, ha, ha. Du bist ja mutig. Ne, ich bin Fortnite-Spieler. Stimmt, dieser... Dieses Ding, wo man mit fliegen kann, ne? Hm? Äh. Hefe. Affen, Junge. Hefe. Ja. Das Ding, was... Ja, was ist mit dem Fliege-Ding? Ja, das gibt's bei Fortnite auch. Ja? Ja. Ich mach dir ja nix, ne? Äh. Also, ich spiele... Also, ganz ehrlich, ich installe mir ja gleich Fortnite. Ähm. 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 Aber da gibt's keine brennenden... Da gibt's keine brennenden Rehe, oder? Wie, dass ich voll freudig so, yay! Okay, create a plantation. Eine Plantage, okay. Ja, gut. Ähm. Pass auf, nächste Folge gehen wir das Tor. Wollen wir das so machen? Ja, würde ich auch sagen. Machen wir das so. Alles klar, dann... Ja, dann viel Dank fürs Zuschauen und wir sind zur nächsten Folge. Und dann gehen wir das Tor und, äh... Sieht richtig schön aus, was wir da gebaut haben. Zur Insel nach hoch. Äh... Guck mal, als würde die Insel quasi da dran stecken. Hm. Also, ich finde, das Game zehrt von diesem Bauwerk einfach. Das, äh... Schön. Ist einfach... Ist wunderhübsch. Toll. Das war ne gute Idee der Programmierer, dass man da hochbauen muss. Ist, äh... Schön. Allerliebst. So, ich komm mal schnell ein Ei rein. Ei rein. Das heißt, man braucht vier Stück von den Dingern. Tolle Wurst. Hast du auch zwei von diesem Slate of Growth? Ja, ich glaube, die werden uns beide gezählt. Okay, das ist gut. Dann müssen wir halt noch zwei Dungeons machen und dann passt das schon. Ja, nice. Okay, dann... In der nächste Folge gehen wir durchs Tor und nochmal gucken, wo wir landen. Irgendwas wird passieren. Nice. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss. Tschüss.